FSK 93 mit der Sendung die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Zu hören auf FSK 93, Megahertz terrestisch, 101,4 Megahertz im Kabel und auf fsk-hh.org im Internet. Wir haben uns in der letzten Sendung mit Marx, teilweise auch Engels, beschäftigt. Hierbei haben wir schon teilweise die Atoren geschweift, die heute erst einmal allgemein vorgestellt werden sollen. Lassalle auf der einen Seite, Moses Hess auf der anderen. Zu Moses Hess werden wir wahrscheinlich nicht kommen, weil ich doch zu viel in Lassalle-Biografien gestöbert habe. Aber gemeinsam ist ihnen, sind beides Juden und beide verhalten sich temporär oder kontinuierlich mindestens ambivalent zu ihrer eigenen Herkunft. Lassalle stammt aus Schlesien, aus einer Familie osteuropäischer Juden. Sein Vater war ein wohlhabender Seidenhändler. Dass der Name französisch klingt, hat Lassalle selber verursacht, weil er die Endung L in LLE verwandelt hat, weil es nach seiner Auffassung schöner klingt. 1970 erschien eine politische Biografie, die Schlomo Nahamann verfasste, der sie folgendermaßen einleitet. Das nehme ich jetzt stellvertretend für eine ganz kleine Kurzbiografie. Ferdinand Lassalle wurde am 11. April 1825 in Breslau geboren. Heute liegt das in Polen und hier heißt Wroclaw und fiel bei einem Duell in der Nähe von Genf am 31. August 1864. Sein Leben wurde durch zwei Revolutionen bestimmt. Die eine, die Juli-Revolution des Jahres 1830, schuf die Grundlage, auf der ein junger Jude sein Leben ohne Bindung an eine Gemeinde persönlich frei individuell gestalten konnte. Die andere, die Februar-Revolution des Jahres 1848, war das politische Erlebnis, um das die Handlungen und Gedanken dieses Lebens kreisten. Für den Knaben und Jüngling war sie Hoffnung und Traum, für die jede Tätigkeit Vorbereitung und Bewährung war. Für den frühreifen Mann war sie die Form, in die er seinen Willen und Tatendrang goss. Eine Form, die verhärtet seine Zukunft festlegte. Die Februar-Revolution bestimmte sein Verhältnis zur Demokratie, zur Massenbewegung, umschrieb und umgrenzte die Weite seines politischen und sozialen Horizontes. Seit der Niederlage der 48er-Bewegung war Lassals einziges Lebensziel die Weiterführung der Revolution, ausgehend von dem Punkt, an dem sie stecken geblieben war. Jahrelang suchte er nach dem passenden Hebel, die Bewegung über den toten Punkt zu heben und wieder ins Rollen zu bringen und fand ihn endlich in der sich neu konstituierenden Arbeiterbewegung. So kam letztlich die Verbindung des Todemokraten und Kommunisten Lassal mit der Arbeiterbewegung zustande. Lassal erlebte nicht einfach zwei Revolutionen. Er war das Kind eines revolutionären Jahrhunderts, in das er hineingeboren wurde, dessen Luft eratmete oder genauer eines Jahrhunderts, das eine gewisse Schicht von Europäern als permanente Revolution erlebte, indem sie die nicht-revolutionären Jahre nur in der Erwartung der kommenden Revolution ertrug und für ihr Bewusstsein alles, was nicht Revolution war, ausmerzte. Das revolutionäre Jahrhundert begann mit der ersten Pariser Commune der Großen Revolution und endete mit der zweiten des Jahres 1871. Lassal war ganz ein Kind dieses Jahrhunderts. In ihm formte er seine Begriffe und in ihm lernte er, sich anhand hegelischer Dialektik zurechtzufinden. Die revolutionäre Dynamik bestimmte seine historischen Prognose und die kommende zweite Commune war ihm eine Denknotwendigkeit, wenn er sie nicht mehr erlebte, so nur, weil der Geist in einem Körper haust, der einer Pistolenkugel nicht gewachsen ist. Die zweite Commune war eine wissenschaftliche Selbstverständlichkeit, weil das unbesiegte Pariser Proletariat den Bonapartismus zu einer Episode und Übergangserscheinung verdammt hatte. Die nächste historische Phase gehörte ihm, dem Proletariat von Paris. Deshalb konnte auch der deutsche Bonapartismus keine Enderscheinung sein, seine Scheitern war mit dem Untergang des Französischen schon mitgegeben. Deshalb durfte ein Bismarck leicht genommen werden, konnte mit ihm sogar verhandelt werden, soweit das handgreifliche taktische Vorteile bot. Für Lassal konnte es so wenig ein Leben im Zeichen Bismarcks geben, wie für Marzini im Zeichen Carvour. Zeitgenossen waren für Lassal nicht die Menschen, mit denen er gemeinsam den Erdball bewohnte, sondern alle, die ihr Leben im Zeichen des Jahrhunderts der Revolution führten. Deshalb sind Louis Blanc und August Blanqui Zeitgenossen, und kann eswegs aber Copton und Stuart Mill. Zeitgenossen, also den gleichen Stamm angehörig, sind auch Herweg und Rüsthoff, Karl Grün und Karl Vogt. Wirkliche Genossen aber, der gleichen Familie angehörig, sind nur wenige deutsche Revolutionäre. Das erfordert mehr als nur Revolutionsbereitschaft und Revolutionsergebenheit. Dazu gehörte ein Revolutionsdenken, eine Erfassung der Revolution als Norm gesellschaftlichen Fortschritts, dazu wiederum eine philosophisch-dialektische Schule, der man sich nicht auf ewig verschreibt, durch die man aber hindurchgegangen sein muss. In dieser Schule lernt man, den Fortschritt als Fortschreiten der Industrie zu sehen. Das ist die Familie deutscher philosophischer Kommunisten, zu der Lassal gehört, ebenso wie Marx, Engels, Wert und Wilhelm Wolf. Die Totalität eines Lebens erschließt sich nur der literarischen Intuition. Dem Historiker erschließt sich nur ein quellenmäßig belegbares Teilgebiet. Da wurde hier der Versuch unternommen, eine politische Biografie zu gestalten, die das politische nach Lassals eigenem Verständnis erfassen will. Nur ab und an wird ein verbotener Grenzübergang über das rein historische hinausgewagt. Der Leser ist gewarnt und wird ihn beachten. So also Schlomo Amann in seinem Buch Lassal. Etwas, was noch sein Verhältnis zum Judentum tangiert, ist, dass er, nachdem er nach kurzem Aufenthalt in Paris 1846 nach Breslau, also das heutige Wurzlau, zurückkehrte, die Gräfin Sophie von Hatzfeld kennenlernte, die gerade sich darum bemühte, von ihrem brutalen Mann geschieden zu werden und ihr Vermögen zurückzuerhalten. Lassal war zwar kein Jurist, übernahm aber doch die Führung des Prozesses und ließ sich auch nicht vom Grafen Hatzfeld, der ihn als dummen Judenjungen beschimpfte, davon abhalten. Langjährige Gerichtsverhandlungen über mehrere Instanzen endeten mit dem Sieg über den Grafen im Jahre 1854. An der 48er, 49er Revolution nahm Lassal nicht teil, weil er die meiste zeitlichen Gefängnissen auffielte. Zum Ende seines Lebens aber war er erfolgreich mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, dessen Präsident er wurde. Viel hatte er nicht davon, nachdem er sich in Helene von Döniges verliebte, deren Vater sich der Heirat widersetzte, woraufhin Lassal ihn zum Duell aufforderte. Allerdings schickte der Vater seinen prospektiven Schwiegersohn, der gut schießen konnte, den Helene zu heiraten inzwischen selber beschlossen hatte. Ja, Pech mit Frauen hatte Lassal. Die Biografien Lassals gehen meist auf den Einfluss seiner jüdischen Abstammung ein. Bernstein hielt seine Herkunft für einen verhängnisvollen Einfluss, weil er sich nie über seine Abstammung hinwegsetzen konnte. Manchmal sprach man von ihm als jemand, dessen Deutschtum erster Generation auf Fremden, nämlich polnisch-jüdischen Fundamenten ruhte. Aber Lassal beschäftigte sich weder mit jüdischen Studien, noch nahm er auch nur ein einziges Mal Stellung zur jüdischen Frage. In Tagebüchern, vor allem in den Jahren 1840 folgende und in privaten Briefen finden sich allenfalls dann doch Äußerungen. So findet sich also unter anderem bei Edmund Silber in der Folge ein Eintrag vom 2. Februar 1840 von einem Gespräch mit Bloch, der sich mit seinem Atheismus brüstete, aber als er merkte, dass Lassal das anders sah, umschwenkte. In der Tagebuchnotiz. Wir sahen viel von Seelenwanderung, von Abraham Geiger und dem Judentum und er wunderte sich, dass ich mich so des jüdischen Glaubens annehme. Der Esel. Als wenn man nicht Trefe essen und doch ein guter Jude sein könne. Also Trefe, also nicht koscher. Und Abraham Geiger, manche mögen das Abraham Geiger-Kollegende in Potsdam, dass da Rabbiner auch ausbildet, hauptsächlich allerdings dann Reformierte oder Liberale. Und aber Geiger war ja einer der ersten Reformgemeinden-Rabbiner. Lassal war damals Anhänger von Geiger, der Rabbiner der Reformgemeinde von Breslau und wollte sogar keine einzige Predigt versäumen. Lassal liebte auch die religiösen Zeremonien im Elternhaus. Nach am See der Abend, also vor Pesach der Abend, schrieb er ins Tagebuch, wie sehr er in den schönen verflossenen Tagen mit der ganzen Familie am Festtisch saß und aus der Haggadah vorlas und wie die Mutter dafür sorgte, dass die Riten eingehalten werden. Und er wollte auch für die Befreiung der Juden mit der Waffe den Kampf aufnehmen. Er notiert, in der Tat, ich glaube, ich bin einer der besten Juden, die es gibt, ohne auf das Zeremonialgesetz zu achten. Ich könnte wie jener Jude in Bulversleila mein Leben wagen, die Juden aus ihren jetzigen drückenden Lage zu reißen. Ich würde selbst das Schafott nicht scheuen, könnte ich sie wieder zu einem geachteten Volke machen. Oh, wenn ich meinen kindischen Träumen nachhänge, so ist es immer meine Lieblingsidee an der Spitze der Juden, mit den Waffen in der Hand sie selbstständig zu machen. Naja, mit der Waffe in der Hand ist er dann ja in einem Duell auch gestorben. Kampf und Tod sei besser als Unterwerfung und Leid, das Übernahme aus Bulvers Erzählung. 1840 gab es einen Anlass, über den wir bereits in anderen Zusammenhang gesprochen haben, die Damaskus-Affäre. Zur Erinnerung. Die Damaskus-Affäre hatte folgenden Anlass. Der Abt des Franziskanerklosters, Pater Tommaso, war in Damaskus im Februar 1840 als vermisst gemeldet worden und die jüdische Bevölkerung wurde des Mordes bezichtigt, da sie angeblich das Blut für die Feier des Pesachfestes benötigten. Vorwürfe, die aus dem europäischen Mittelalter uns bekannt sind. Jedenfalls wurden in den Folgetagen von Christen und Muslimen die jüdischen Viertel geplündert und einige angeblich verdächtige Juden ermordet. Ich hatte in ähnlichen Kontexten, es ging um diverse Junghegelianer, Herrn Daumer zitiert, ein Theologe, es ging dabei um die Projektion von Opfermythen auf die alten Hebräer, die in der Zeit gang und gäbe waren und durchaus zu tun haben mit den antiken Ursprüngen der Judenfeindschaft. Nun nochmal ein Daumer. Vollständig erwiesen, glaube ich, die ursprüngliche Identität des althebräischen Jehovismus und Molochismus und die große Rolle zu haben, die im hebräischen Jehova-Dienst durch die berüchtigten Vorfälle von Damaskus wieder angeregte Glaube an fortdauernde jüdische Menschenopfergebräuche in unvereinbarem Widerspruch mit ihrem alttestamentarischen Volks- und Religionsgeschichte künftig hin als eine lächerlich offenbare Unwahrheit zurückzuweisen ist. Dieser Erweis ist das zunächst wichtigste und folgenreichste, was diese Schrift erhält. Der Prozess gegen die Juden zu Damaskus ist zwar auf eine sehr barbarische Weise geführt und die ganze Sache zuletzt gerichtlich niedergeschlagen worden, weil sie unschuldig waren, dass aber irgendeine Gräueltat vorgefallen, das lässt sich doch gleichwohl nicht leicht in Abrede stellen. Das schreibt er also in der Feuer- und Moloch-Dienst. Eine weitere Schrift in der Zeit ist Gianis Buch »Das Menschenopfer« der alten Hebräer, das wesentlich mit Daumer übereinstimmt. Nur einige Details weichen ab bei Daumer. Ist Jehova-Moloch identisch mit Saturn, bei Giani mit einem Sonnengott? Dass das eine frühe Erscheinung des Anti-Judaismus beziehungsweise ein Vorläufer des Antisemitismus, also auf jeden Fall eine Form von Judenfeindschaft war, den Juden anzukreiden, dass sie das Opfer verweigern und dies dann ins Gegenteil verkehren. Das ist von uns ja auch dargestellt worden bereits schon. Aber wie ist nun LaSalle's Reaktion, als er von der Ritualmord-Affäre erfährt? Er schreibt, »Oh, es ist schrecklich zu hören, ohne dass die Haare starren und sich alle Gefühle des Herzens in Wut verwandeln. Ein Volk, das dies erträgt, ist schrecklich, es räche oder dulde die Behandlung. Wahr, fürchterlich wahr, ist folgender Satz des Berichterstatters. Die Juden dieser Stadt erdulden Grausamkeiten, wie sie nur von diesen Parias der Erde ohne furchtbare Reaktion ertragen werden können. Also sogar die Christen wundern sich über unser träges Blut, das für uns nicht erheben, nicht lieber auf dem Schlachtfeld als auf der Tortur sterben wollen. Waren die Bedrückungen, um deren Willen sich die Schweizer einst erhoben, größer? Gab es je eine Revolution, welche gerechter wäre als die, wenn die Juden in jener Stadt aufständen, sie von allen Ecken anzündeten, den Pulverturm in die Luft sprengten und sich mit ihren Peinigern töteten? Feiges Volk, du verdienst kein besseres Los. Der getretene Wurm krümmt sich, da aber büxte sich nur tiefer. Du weißt nicht zu sterben, zu vernichten, du weißt nicht, was gerechter Rache heißt, du weißt nicht, dich mit deinen Feinden zu begraben und sie in Todeskampf noch zu zerfleischen. Du bist zum Knecht geboren. Das ist Lassalle. Das passt allerdings nicht so gut in eine wirkliche jüdische Tradition mit Opferverbot und Racheverbot. Aber alsbald hat Lassalle die Sache nicht mehr so tragisch genommen. Er schreibt wieder die abgeschmackten Geschichten, dass die Juden Christenblut brauchten. Dieselbe Geschichte wie in Damask auch in Rodos und Lemberg. Das aber aus allen Winkeln der Erde, man mit diesen Beschuldigungen hervortritt, scheint anzudeuten, dass die Zeit bald reif ist, in der wir in der Tat durch Christenblut uns helfen werden. Aus dem Französischen jetzt übersetzt. Wer sich selbst hilft, dem wird der Himmel helfen. Die Würfel liegen, es kommt auf den Spieler an. Es gibt immer wieder abfällige Bemerkungen gegen die angebliche griechrische Gesinnung und Gemeinheit von Juden, die anderen kämpferischen Juden entgegengesetzt werden. So lobt der Wilhelm Wolfssohn, der unter dem Namen Karl Mayern Gedichte veröffentlicht hatte. Also wieder eine Notiz. Im Tagebuch Karl Mayern hat einen schönen, edlen Zweck. Er ist ein Kempel für das Judentum. Er ist in der Poesie, was Gabriel Rieser in der Prosa. In diesem Sinne hat er ein Taschenbuch Jeschurun herausgegeben, in dem sich besonders der böhmische Dorfjude durch seine lebhafte, naturgetreue Darstellung und die Briefe etc. durch ihre Wahrheit auszeichneten. Auch jüdische Wohlfahrtsvereine fanden Lassals Gefallen. So traf er Jeschud Achim in Leipzig bei und spendete zwölf Groschen monatlich. Als er dann nach Breslau zurückkehrte, im Sommer 1841, gab es innerjüdische Konflikte zwischen orthodoxen und reformierten Juden. Wir haben hier schon darauf hingewiesen, das ist ja auch in Marx-Familie so, sehr liberal reformiert. Heute wird das ja unterschieden. Wir haben hier ja auch im selben Räumen reformierte und liberale Juden in Hamburg. Aber es gab dann natürlich noch mehr Konflikte zwischen orthodoxen, konservativen und reformierten Juden. Lassal war Anhänger von der Reformbewegung unter Abraham Geiger. Von dem stammt ja auch ein Buch, wo er nachweist, dass Mohammed da bei den Juden ganz schön geklaut hat. Also es kann also gar nicht sein, dass Mohammed ein Alphabet war, wie man das ihm danach sagte, sondern er muss da schon gelesen haben können. Er hatte ja nun, der Geiger schon versucht, als 17-Jähriger, der Lassal hatte versucht, als 17-Jähriger einen Artikel zu Gunsten Geigers zu veröffentlichen, der allerdings nicht angenommen wurde, sondern nur teilweise veröffentlicht wurde, wo es darum ging, für die innere Überzeugung zu kämpfen, wo Indifferenz herrschte, sei kein Raum für Reform. Und dann erleben wir gleich schon den ersten Umschwung in seinen Auffassungen. In Frankfurt hatte sich ein Verein für Reformfreunde gegründet, der folgende Grundsätze bekundete. Ich zitiere, die mosaische Religion hat die Möglichkeit unbeschränkter Fortbildung. Zweitens, der Talmud hat weder in dogmatischer noch in praktischer Hinsicht irgendeine Autorität. Drittens, ein Messias, der die Juden nach Palästina zurückführte, wird weder erwartet noch gewünscht. Wir kennen kein Vaterland als dasjenige, dem wir durch Geburt oder bürgerliches Verhältnis angehören. Lassal war in diesen Vereinen interessiert. Nicht so groß war seine Ahnung eben der jüdischen Geschichte nicht. Da sind ja schon Sachen drin, die man einfach so nicht haben kann. Also schreibt ein Begründer des Vereins, Theodor Kreize nach, dass der Zweck des Vereins sei, die Fesseln einer verrosteten Orthodoxie zu sprengen und die Autonomie des menschlichen Geistes innerhalb des Judentums nun länger als anderthalb Jahrtausende unterdrückten, aber unveräußerlichten ewigen Rechte wieder einzusetzen. Einem solchen Vereine, dessen unbestreitbares und unmittelbares Resultat es sein muss, das Judentum in der Zeitbildung zu vermitteln, sich nicht anzuschließen, hieße, ein Indifferentismus für die menschenheitlichen Interessen, der an Religiösität grenzt Sünde. Ich trete hiermit Ihrem Verein bei und ersuche Sie demnächst um Mitteilung der Bedingungen des Beitritts sowie um die Übersendung der von Ihnen und den Herrn Dr. Moritz Aberernstern und Rieser erschienen Schriften, um mich aus dieser ausführlicher über die zugrunde liegenden Prinzipien zu unterrichten. Letzte Sätze waren von LaSalle aus dem Brief. Allerdings ist LaSalle skeptisch bei dem Namen Jüdische Protestanten als Analogie zu den Christlichen. Wir hatten das auch schon öfter gesagt, dass die liberalen reformerischen Juden das protestantische Christentum zum Vorbild hatten für ihre Gemeindeorganisation und das immer nachahmen wollten. Zum einen ist ja, wie es heißt, der Talmud in Widerspruch zur gegenwärtigen Wirklichkeit geraten, aber Protestantismus hieße ja ein Zurück zur ursprünglichen mosaischen Religion. Dann schreibt er ja 1517 war der Protestantismus ein weltbewegender Fortschritt. 1843 würde ein jüdischer Protestantismus im strikten Sinne ein vollendeter Rückschritt sein. Also da ist natürlich damit gemeint, also beispielsweise Luther zurück zu den Evangelien wollte. Also zu Urschrift und die Vermittlung durch die Pfaffen, das sollte abgebaut werden. Der Protestantismus hätte sich ja zum Rationalismus und zur modernen Philosophie gewandelt, so Das sollte auch das Ziel der Reform Freunde sein. Und dann schreibt, das Lämmer, das ich bezeichne, ist also ein doppeltes und kurz weg. Das der Talmud ist zu negieren. An die Restaurierung des Mosaismus kann nicht gedacht werden. Was werden sie also als positiven Glaubensinhalt aufstellen? Ein solcher positive Glaubensinhalt dürfte aber wohl unumgänglich nötig werden, ferner, mit dem wahren Folgehalt unseres Wissens und Denkens frei heraustreten, ist noch nicht möglich. Zugleich muss aber darauf gesehen werden, nicht zu weit zurück zu bleiben hinter den Errungenschaften der deutschen Wissenschaft. Und da schlägt er vor, die Entwicklung des Mosaismus doch beizubehalten, insofern es vor dem Richterstuhl der Vernunft bestehen könne und ebenso die Interpretation des Talmud danach auszurichten. Lassalle weiß nicht so recht, was er will, denn das Judentum mit deutscher Wissenschaft, also mit deutscher Wissenschaft zu vermitteln, dürfte doch das Aufgeben aller jüdischen Werte sein, was er zwar nicht sagt, aber die letzte Konsequenz wäre, und so kommt er schließlich zur gänzlichen Negierung des Judentums, wie es im Brief an die Mutter vom 30. Juli 1844 deutlich wird, und die Lehren Hegels, die ja, wie wir auch schon mal ausgeführt hatten, die antijudaistische, gar antisemitische Tendenz hatten, in einer bestimmten Phase. Aber nun Lassalle in diesem Brief an die Mutter vom 30. Juli. Man kann und mit allen Recht sagen, dass die Welt des hebräischen Volkes das Bild, wenn man so will, der vollendetsten Hässlichkeit darbiete, der äußersten Gedrücktheit des Menschen vor Gott, der innersten Zerrissenheit und Haltlosigkeit, kurz der vollkommensten Selbstentfremdung des Geistes. Die jüdische Welt ist, wie sich Hegel darüber treffend ausdrückt, die Welt der erbärmlichen Persönlichkeit. Hier hat der Geist allen Halt verloren und windet und krümmt sich wie ein Wurm im Staube vor der abstrakten Gottheit. Alles Menschliche und Natürliche durchzieht, so in der jüdischen Geschichte das Unglück. Denn das Unglück ist das, was jenem inneren Gebrochensein seinen Begriffe nach entspricht. Und wie der Hebräer in seiner Anschauung und seinem Bewusstsein das Unglück schon in sich trägt, eben als jene Zerknicktheit und als das Bewusstsein seiner absoluten Wertlosigkeit, so muss sich auch das Unglück äußerlich in der Geschichte des jüdischen Volkes als sein Schicksal realisieren. Und es realisierte sich auch in den Exilen und seinem späteren Geschick und Knechtschaft. Die jüdische Religion ist die Religion der harten Knechtschaft vor dem abstrakten Geiste, Gott. Und so ist auch sein Schicksal das der harten Knechtschaft. Die Geschichte hat kein Volk aufzuweisen, das mit so namlosen Leiden verfolgt worden wäre, als das jüdische. Aus dem einzigen Grunde aber, weil die geistige Stufe, die Welt in jüdischen Volke überwinden musste, die Stufe der Zerrissenheit, der Knechtschaft, des Unglücks ist. Die ganze jüdische Welt, religiöse, politische etc. wird ihrem Geist und Bewusstsein wie ihrer äußerlichen Geschichte nach am besten zusammengefasst als die Welt des Unglücks. Das Unglück aber, nämlich wie es hier auftritt, als die Knicktheit und Haltlosigkeit in sich selbst, des menschlichen Geistes ist das ästhetisch Hässliche. Dies ist tatsächlich an Hegel sehr anschmiegend, allerdings konnte er diese Schriften, die erst später veröffentlicht worden sind, der Theologischen Jugendschrift von Hegel damals, von Nohl, konnte er eigentlich diese Schriften gar nicht kennen, aber sie sind tatsächlich inhaltlich fast identisch. Er hatte aber auch Fichte rezipiert, also da ist einiges eben halt übernommen worden. Die jüdische Welt hätte die objektive plastische Schönheit verloren, die auf Harmonie beruhe, die im Judentum absolut gestört sei. Andererseits betrachtet aber, könne die ästhetische Hässlichkeit von einem Standpunkt betrachtet werden, dass sie als Schönheit erscheine. Also sozusagen ein dialektischer Schlenker. Der Mensch schreibt dann Lassalle verlor alle innere Einheit mit sich, aber er musste sie verlieren. Einmal um des Wesens seines Geistes bewusst zu werden, die Periode dieses Schmerzes ist das Judentum. Die schöne Einheit des Menschen ist zugrunde gegangen und ohne Ersatz dafür, denn der Gott, an dem es sich weggeworfen, das heißt der Geist, wie es sein Wesen erfasst hat, ist noch nicht die totale Fülle des Geistes, sondern nur erst die kalte Einseitigkeit der Abstraktion und darum ist dieser Riss ohne Versöhnung, die erst im Christentum wird, wo der Geist als der Totale erfasst wird in dem Prinzip der Liebe. Als notwendige Entwicklungsphase der Menschheit in der Vergangenheit aufgefasst, folgt darin Lassall ganz Hegel, das Judentum hätte seine nützliche Kraft Enzyklopädie. Lassall, der sich 1840 noch für einen der besten Juden hielt, hatte 1844 jedes Interesse an diesem Volke verloren. Aber es wird noch schlimmer kommen. Wir haben vernommen, dass Lassall sein Interesse am Judentum aus der Eminenz eines reformatorischen Judentums verloren hat. Da ist er übrigens nicht der Einzige in dieser Zeit. Dazu brauchte er Hegel und Fichte nicht mehr. Vor allem konnte er kaum seinen Drang nach politischer Bestätigung befriedigen. Man kann auch sagen, oder Betätigung befriedigen, man kann auch sagen, dass er die Dialektik der Judenemanzipation, die in Assimilation umschlug, unterlag. Diese Gefahr kennen wir auch aus der heutigen Zeit. Und Ari Goral hatte, wie ich in Telefongesprächen mit ihm anlässlich eines prospektiven Vortrags, den ich hier zu organisieren hatte, die Verwechslung von Emanzipation und Assimilation immer wieder darauf hingewiesen. Viele am Judentum Interessierten wird Ari Goa ja noch bekannt sein aus Hamburg und so kann ich mich hier noch nachträglich für seine Mitteilung, seiner Einsichten bedanken, indem ich sie weiter verbreite. Die Briefe an die Mutter schrieb Lassalle in der Zeit, als er nächtlich viel Hegel las. Daher ist der Einschätzung von Silberner, die ich hier auch manziere, durchaus zuzustimmen. Er schreibt, Abraham Geiger, den Lassalle in seiner Jugend so glühend verehrte, wollte seine Gemeinde zu echten Söhnen des Vaterlands zu jüdischen Preußen machen. Eine solche Atmosphäre war sehr geeignet, Interesse für die Judenheit in völlige Gleichgültigkeit umschlagen zu lassen. Und Lassalle wäre, wie gesagt, diesen Weg wahrscheinlich auch ohne Hegels Einwirkung gegangen. Es ist aber eine Tatsache, dass sich seine Wand dennoch unter Hegels Einfluss Vollzug. Er selbst beruft sich bei der Darstellung seiner Anschauung über das Judentum auf seinen neuen Lehrmeister. Der Auflösungsprozess der deutschen Judenheit konnte und hatte ihm wohl das Interesse an den Juden verlieren lassen. Den letzten bewussten Schritt von der Innendeferenz zur Ablehnung des Judentums tat er aber im Banne des großen Philosophen. Silberner weist auch oft einen Einfluss auf Fichte hin, dessen antijüdischen Attacken an anderer Stelle ja von mir auch schon dargelegt wurden. Im Werk zur französischen Revolution im Jahre 1793 hat er das Judentum als feindlich Staat im Staate herausgestellt, der auf eine Feindseligkeit gegen die ganze Menschheit beruhe. Hier haben wir Gedanken, die wir auch in der französischen Aufklärung finden können. Juden, die sich zu einem allgemeinen Gerechtigkeits, Menschen und Wahrheitsliebe durchdringen, bezeichnete Fichte als Helden unter den Juden. Das entspricht zwar nicht den Tatsachen, weil dies im Judentum ja bereits drinsteckt, aber wirkte noch nach, auch nach dem Fichte durch Kontakt mit wirklichen Juden seine Judenfeindschaft sehr relativierte. Den Gifthauch der Intoleranz jedenfalls wies er immer von sich. Er gestand den Juden Menschenrechte, aber keine Bürgerrechte zu und wollte in dem Kontext ihre Köpfe abschneiden und neue aufsetzen, wie er da schrieb. Er hatte dann ja auch, das hatte ich auch mal gebracht und in einigen Artikeln in Saint-Fraix, die ich geschrieben habe, ist das auch drin. Er hat das natürlich auch auf sich gemünzt, nachdem er gemerkt hatte, dass es Juden gibt, die seiner Freiheitsphilosophie durchaus nahe sind. Also da jedenfalls zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Juden in seinen Gesprächskreisen und Essen, aber hat er auch manchmal zu eigenem Nachteil Juden in Schutz genommen. Also man sieht immer schon der ambivalente Geist gegenüber den Juden in der Aufklärung, wiederholt sich auch im deutschen Idealismus. Zu der Zeit war man noch nicht von solchen Ungeist eingenommen wie im 20. Jahrhundert. Aber solche Gedanken konnte Lassalle als Jude natürlich nicht übernehmen, ebenso wie er nicht an einem Staat im Staat glauben konnte. Ich erlebe halt innere Anschauung. Im Jahre 1799 wurde Fichte überdies teilweise korrigiert, teilweise sogar korrigiert, als der Romantiker Friedrich Schlegel ihnen die Salons von Henriette Herz und Rachel Levon eingeführt wurde. Auch Dorothea Veit, Tochter von Moses Mendelssohn, machte Fichte schwanken. Also die mochte er wirklich ausgesprochen. Er glaubte dann nur nicht mehr, nichts Gutes aus der Nation der Juden kommen könne. Bis 1856 nach dieser Art von Negierung des Judentums durch Lassalle hatte er weitgehend Interesse an jüdischen Dingen verloren, wie wir feststellten. Aber auf Reisen in den Orient kam er mit Juden und Muslimen in Kontakt. Und da machte überraschende Feststellung. Die Werke von Schiller, Uland und Freigrad in einer Art Leseraum bei einem jüdischen Zigarrenhändler die beeindruckten ihn sehr. Und er schrieb diese Bücher werden hier viel gelesen. Jedes solches Zeichen von der wortschreitenden welterobernden Macht unserer Literatur ist für mich eine Wahrnehmung von großer Befriedigung, denn es ist mir eine Garantie sowohl von dem Progress der allgemeinen Bildung als auch von dem geistigen Aszendant, welches der Genius deutscher Nation über die anderen Völker mehr und mehr zu gewinnen beginnt. Die geistig-zivilisatorische Arbeit ist das wahre deutsche Nationalprodukt. Auch nach Klänge Klänge aus seiner Kindheit war religiöse Gesänge, die wohl von den Safaraden, die in der Türkei angesiedelt stammten und die erkannte, also die sogenannten Maranen. Besonders die heulenden Dervische hatten es ihm angetan, sodass er sich fühlte wie an Jom Kippur einer großen Synagoge in Breslau. Auch die kavalistische Sekte der Schassiden kam ihn angesichts der Reise in Erinnerung. Silber beschreibt die Erfahrung, so groß war der Eindruck, den Dervische auf Laszai machten, dass er in ihrem Bande manche seine Ansichten über die Juden einer Revision unterzog. Er hatte stets geglaubt, dass die religiösen Melodien und Gesänge der Juden erst im Exil entstanden seien, als Produkt jener Geschmacklosigkeit. Korruption und Verzerrung, die so charakteristisch für ein Volk seien, das seine Selbstständigkeit beraubt, unter fremden Völkern im Staube sich Winde und Elend sich Abechze. Man braucht nur hierher zu kommen, um sofort eines anderen überzeugt zu sein. Es sind vielmehr mindestens dem Grund Charakter nach die uralten religiösen Sankmelodien des ältesten Asiens, die sich einen Tonpetrefakt bei diesen Menschenpetrefakten erhalten haben. Sie sind nicht bloß jüdisch, es ist der allgemeine Charakter des alten semitisch-asiatischen Religionsgesangs, denn hier findet man ihn noch, vielleicht schon modifizierter und mehr mit Neuerungen als bei unseren polnischen Juden versetzt, bei der herrschenden Nation der Türken, die ihn ohne Zweifel wie ihr ganzes religiöses Leben von den Arabern empfangen haben. Es ist wie mir gar kein Augenblick mehr Zweifel habe, ist sein Wesen nach derselbe Gesang, den David sang, als er vor der Bundeslade einher tanzte. Es ist kein Produkt religiöse Urschrei, in welchem das themidische Volksbewusstsein ausbrach, um der ihm eigentümlichen religiösen Grund- und Weltanschauung, dem Gefühl seiner eigenen absoluten Wertlosigkeit und Nichtigkeit, seiner totalen Zerknirschung und Erniedrigung von dem abstrakten jenseitigen Geiste, dem starren Herrn des Himmels und der Erde Klang und Ausdruck zu geben. Diese Erfahrung erinnern an die, die er in dem Brief an seine Mutter schilderte. Also das letzte war auch ein Zitat, wie man an der Sprache schon gesehen hat. Da hieß es dann damals wie jetzt, also 1856 ist er davon überzeugt, dass der Jude sich berauschte und verzehrte im Gefühl seines Nichts, seiner Wurmheit, seiner Verworfenheit vor seinem transzendentalen Gebieter. Während er aber 1844 diese Eigenschaften als rein jüdisch und als Resultate des Lebens in der Diaspora ansah, dehnt er sich nun auf alle Semiten aus, anscheinend die einzige neue Verallgemeinerung hinsichtlich der Juden, die er von seiner Orientreise mitbrachte. Das war jetzt noch mal Silberner. Dennoch findet sich auch in dieser Zeit keine Rückkehr zum Geiste des Judentums, so wenig allerdings wie offene Judenfeindschaft. Aber alsbald im Jahre 1860, eine ähnliche Zeit, also wie wir den Kruden, wie wir es beim Kruden Antisemitismus von Bruno Bauer fanden, finden wir auch Hinweise auf offenen Judenhass. Der Anlass war, er hatte sich eine Russin verliebt, die er gleich wieder heiraten wollte, das wollte er ja, aber er musste ihr gestehen, dass er ein Jude ist. Den Brief habe ich jetzt hier auch dabei, den da schaffe ich noch ein bisschen daraus vorzulesen. Also er schreibt dann die Sophie, werden Sie aber auch den zweiten Schlag ertragen, den ich Ihnen zu versetzen habe? Sophie, ich bin ein Jude. Mein Vater und meine Mutter sind Juden und wenn ich auch innerlich ebenso wenig ein Jude bin wie Sie und noch wenig, wenn das möglich ist, so habe ich doch dieser Religion noch nicht abgeschworen, denn ich wollte auch keine andere annehmen. Ich kann wohl bezeugen, dass ich kein Jude mehr bin, nicht aber ohne zu Lügen sagen, dass ich ein Christ geworden wäre. Bei uns macht es nichts mehr aus, ein Jude zu sein, denn bei uns in Deutschland, Frankreich, England, ist das bloß eine Religion und keine Nationalität. Man ist bei uns Jude, wie man Protestant oder Katholik ist und daher, besonders wenn man im Beruf von Geist und Talent steht wie ich, allen gleich. Es gibt nichts, das ich nicht imstande wäre zu tun, wenn ich mit der bestehenden Regierung verhandeln wollte. Aber das ist ganz anders bei Ihnen in Russland. Dort, Sie haben es mir selbst gesagt, ist das eine Nationalität und keine Religion. Es ist wahr, Sie liebten meinen Freund Heine, obwohl auch er ein Jude war. Es ist aber ein großer Unterschied zwischen poetischer Anbetung und einer Ehe in der wirklichen Welt. Ihre Landsleute, Sophie, werden Sie verachten, einen Juden geheiratet zu haben. Sie, Fürsten Sprössling, ein Mann zu heiraten, der wahrlich, wenn Abstammung einen Anspruch auf Stolz gebe, stolzer sein könnte, als ihr alle, da er in einem älteren Geschlecht entstammt, als alle eure Prinzen und Adeligen einiger weniger Jahrhunderte dem Stamm des ersten großen zivilisatorischen Volkes, das in der Geschichte auftrat, den alten Königen Syriens. Ich könnte ihn zwar das Opfer bringen und Christ werden, obgleich dies nach unseren Gesetzen nicht nötig ist, und es Christen und Judenfrei steht aneinander zu Ehelichen. Wenn dies eine unerlässliche Bedingung wäre, ich täte es vielleicht. Aber es würde mir schwerfallen, Sophie, und ich will Ihnen sagen, warum. Ich liebe die Juden gar nicht, ich hasse sie sogar ganz allgemein. Ich sehe in ihnen nichts als die äußersten entarteten Söhne einer großen längst vergangenen Zeit. Diese Menschen haben in Jahrhunderten ihrer Versklavung die Eigenschaften von Sklaven angenommen und deshalb bin ich ihnen so unfreundlich gesinnt. Ich habe auch keinerlei Berührung mit ihnen. Unter meinen Freunden und der Gesellschaft, die mich hier umbringt, gibt es fast keinen einzigen Juden. Es sind also keine persönlichen Rücksichtigen, die mir diesen Wechsel peinlich machen würden. Aber Sophie, ich bin ein Politiker und befinde mich überdies in der Lage des Hauptes einer Partei. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber und die Partei, die meine ist, muss an dem Grundsatz festhalten, nie einem Vorurteil nachzugeben, denn das wäre eine Feigheit und sie darf auch nie eine Heuchelei begehen. Wie sollte ich also den christlichen Glauben zu den meinen machen, wenn ich, was jedermann weiß und ich auch nie verbergen werde, ebenso wenig christliche wie jüdische Religion in mir habe? Würde es nicht den Anschein erwecken, dass ich einem Vorurteile folge, es auf äußerliche Vorteile abgesehen habe, da jedoch hierin ein überflüssiger Rigorismus liegt und dazu noch ein ganz besonderer Rigorismus und da meine Partei meiner Taufe nicht den geringsten Widerstand entgegensetzen würde, Taufe in solchen Fällen als reine Formalität betrachtet wird und ich auch nicht die Notwendigkeit einsehe, irgendeines Vorurteils Willen auf deine Liebe zu verzichten, werde ich vielleicht, wenn es unerlässlich ist, dieses Opfer bringen und die Taufe nehmen. Das heißt, ich werde es tun, wenn ihr Vater oder ihre Mutter unbedingt darauf bestehen. Ich werde es aber auf keinen Fall tun, wenn sie selbst es verlangen sollten, denn meine Frau darf keiner Vorurteile haben. Ja, das ist also der Teil aus dem Brief, also dieser berühmten Beichte. Die müsste man aber auch ernst nehmen. Also es ist ja manchmal von Philologen infrage gestellt worden, dass das authentisch ist, weil da ja so was vorkommt, wie er ist der Haupt an der Partei und das nicht so ganz stimmt, das war ja nicht der Partei, sondern einer Arbeitervereinigung etwas kleineren Ausmaßes. Man kann dieses Manuskript aber auch als Schlüsseldokument zum Verständnis der Haltung Lassals zu den Juden betrachten. Das ergibt sich daraus ja auch. Er betrachtete sich also nicht mehr als Jude und sagt auch warum. Also im Westeuropa Jude zu sein bedeutet im Gegensatz zum Osten keine Volks- sondern Religionszugehörigkeit. Das ist übrigens eine neue Erscheinung und keine alte nicht. Also die Religionisierung des Judentums ist da relativ neu gewesen. Also wurde auch nie völlig durchgehalten. Wir werden ja dann das nächste Mal dann auch noch sehen, wie Moses Hess das betrachtet. Moses Hess ist ja gerade ein Vorläufer wiederum des Zionismus, beziehungsweise man kann auch sagen, der erste Zionist, wenn man an diese Rom- und Jerusalem-Schrift da denkt. Das ist so die erste Zionistische Schrift. Es gibt auch eine Buchausgabe, wo das zusammen mit Pinsker und Herzl und noch anderen zusammen veröffentlicht worden ist. Das ist sozusagen die Geschichte des Zionismus, die eigentlich ja noch viel länger ist, weil ja jedes Jahr ausgerufen wird. Nächstes Jahr in Jerusalem. Das wollen ja viele nicht einsehen, dass das eine alte Tradition ist. Und das ist ja nun etwas Vassal hat 1844 schon keine Bindung an die jüdische Religion und vom jüdischen Volk will er sowieso nichts wissen. Das ist also Fichte, Hegel, die das bereits auch auch schon propagierten. In Russland allerdings war das zur damaligen Zeit ja noch anders. In Russland ein Jude zu sein, eine Nationalität und nicht eine Religion zu haben. wenn man das jetzt mit Moses Hess vergleicht, den wir als nächstes Mal dran nehmen können, ist also Moses Hess, den man als zionistischen Klassiker bezeichnen kann, also Rom und Jerusalem, das ist von 1862. Das ist ja ein Jahr, wo auch Bruno Bauer eine rassenantisemitische Schrift verfasste. Das muss man dann schon sehen. Und Hess hatte darin auch sein Glauben an geistige jüdischen Werte. Und dort explizit formuliert, nachdem er ja selber auch geschwankt hatte. Er war ja auch in Kontakt mit Marx. Es gab ja Zeiten, als Marx gegen den Kommunismus war. Er wollte von dem Begriff gar nichts wissen. Während an der Zeit verstand sich aber jetzt Moses Hess als Kommunist. Und als bald hat ja dann auch in dem gemeinsamen Marx und Engels dann doch den Begriff des Kommunismus übernommen und 1848 das Kommunistische Manifest dann auch verfasst nicht in beider Namen. Wir werden also dazu noch kurz das nächste Mal etwas sagen und dann übergehen zu Moses Hess den man dann auch Kommunisten Rabbi Moses genannt hat. Namentlich Arnold Druge hatte ihn so genannt. Arnold Druge war ja auch ziemlich antijüdisch eingestellt und hatte dann nachdem er sich mit Marx in Zweit hatte den ja auch einen Juden Bengel genannt. Also das war eine merkwürdige Geschichte in diesem 19. Jahrhundert. Und es gibt ja nun auch noch eine andere Tradition die da eine Rolle spielt. Also im deutschen Idealismus spielt dieser Autor auch eine Rolle nämlich Benedikt oder Baruch das eine ist die hebräische Bezeichnung also für den Geweihten Spinoza Moses Hess war davon begeistert der deutsche Idealismus hatte da sehr an ihm angeknüpft und wir werden das dann auch noch näher betrachten es wird wohl auch dann deutlich wie in den linken Traditionen der Antisemitismus sich unbewusst auch nicht nur bewusst breit machen konnte nicht dem wollen wir auch wesentlich auch auf die Spur kommen weil ja über die Rezeption von Schriften die ganz andere Dinge zum Thema haben auch Gedankengehalte transportiert werden die einen nicht immun machen gegen Antisemitismus und es gibt ja auch noch also wenn wir jetzt auch in Moses Hess denken der ja auch ein wenig in einer anarchistischen Tradition steht also ich denke jetzt gerade an ein anarchisten Gustav Landauer der hatte ja dann gesagt Antisemit das geht nicht unter Menschen und das werden wir dann auch noch in Folgesendungen dann noch genauer betrachten und dann auch nochmal auf Paula Farck und solche Leute dann auch nochmal eingehen insofern sie in der anarchistischen Tradition aufgegriffen wurden bis zum nächsten Mal und immer an Moses Hess denken ähm das was hier es ist